Ich bin fast glücklich. So gut da! Jetzt machst du den sterbenen Schwan. Günther steht da mit einem Fuss. Ich weiss nicht, dass der Hund mit der Schlaufe zu haben. Und müde machen zum Weiterfahren. Wenn man schaut, das Ganze. Auf einer Autobahnraststätte. Mit Nadine. Tyson fühlt sich pudelwohl. Die Schuhe sind doch cool. Die Schuhe sind gepunkt. 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 Ich rühre im Auto, du! Er macht auf den Flurkenpfund. Ich höre auch viel mehr mit dem Günther, da ist ein Hund nicht mehr.